Oh Gott, bitte komm jetzt mit keiner overpowereden Waffe. Wenigstens... Oh mein Gott, das ist der Kaktus! Er hat mich... Was? Oh Gott, wie viel Schaden hat dieser Kaktus gemacht? Das ist doch ein kleines bisschen overpowered. Wir haben jetzt irgendeine neue Waffe aufgenommen. Okay. Ich hab Angst, dass sie mich selbst trifft. Wir müssen sie möglichst weit wegfeuern.